Herzlich Willkommen zu unserem Expertengespräch. Heute habe ich Ute Noack. Ute Noack ist Pflanzenkennerin, Kräuterpädagogin, glaube ich. Du hattest eine Ausbildung gemacht als Kräuterpädagogin, aber vor allen Dingen bist du Psychologin und arbeitest ganz viel mit den Blumen und deswegen möchte ich dich heute als meine Gesprächspartnerin haben, weil du sagst, die Blumen sind wichtig, die Verbindung zum Menschen ist wichtig und kennengelernt haben wir uns ja so, dass du dich angemeldet oder informiert hattest über meine Ausbildung, über eine dreiwöchige Blumenausbildung und da haben wir ein langes Gespräch gehabt und ja natürlich, klar fände ich toll, wenn du bei mir in meiner Ausbildung mit dabei bist. Aber jetzt wollen wir erst mal das Gespräch starten. Ute Noack, magst du dich gerne nochmal selbst vorstellen, was du denn so machst im Leben? Gerne. Also ich sage immer gerne, ich bin geborene Rheinländerin und dann bin ich Exil-Berlinerin und jetzt bin ich Wahlbadenerin. Also das vielleicht einfach mal zur geografischen Reise. Genau und das mit den Blumen. Diese Reise, die hat mit meiner Mutter begonnen, weil die eine passionierte Gärtnerin ist und ich habe als Kind tatsächlich auch schon immer gerne Pflanzensträuße gesammelt, also wie viele Kinder, aber das hat bei mir nie aufgehört. Es ist jetzt immer noch so, dass ich nie ohne etwas in der Hand wohin komme. Und genau. Und in meinem Leben, ich habe also angefangen, Seminare zu leiten und Gewaltpräventionsworkshops damals in der Uni zu halten. Bin dann im Unternehmenskontext tätig gewesen als Coach, Business Coach, als Begleiterin für Change-Prozesse, also Organisationsentwicklung und habe mich jetzt vor so 17 Jahren selbstständig gemacht, nach vielen Jobs, wo ich auch in leitender Funktion war. Und in dem Kontext bin ich selber immer in die Lage versetzt worden, in Räume reinzukommen, wo ich Menschen aufschließen darf für Themen, ja, also für deren kritische Themen oder weil die Konflikte im Team haben. Und das mache ich sozusagen zu einem Drittel mit Teams arbeiten, zu einem Drittel mit Einzelpersonen. Aber ich habe dort eben gemerkt, dass es mir immer wichtig ist, die zentrale Mitte zu gestalten. Also die Mitte in einem Workshop-Kontext hat eine ganz, neben meiner Person, was ich inhaltlich mitbringe, eine ganz gravierende Wirkung, genauso wie der gute Stuhl und die gute Beleuchtung im Raum. Da bin ich, also das ist, wenn du so willst, mein Steckenpferd eher. Aber ich merke dort auch viele Wirkungen bei den Menschen. Das, was du gerade auch gesagt hast, was dich interessiert. Also die gute Mitte, kann ich mir das so vorstellen, Ute, dass du tatsächlich eine Raummitte gestaltest. Ja. Also du achtest auf gute Stühle, auf gutes Licht, weil du das beeinflussen kannst. Die Menschen, die zu dir kommen, die kannst du nicht beeinflussen. Also jetzt erstmal, die kommen da einfach mal. Aber eine gute Mitte, was ist eine gute Mitte in einem Raum? Ja. Eine gute Mitte ist, je nach Thema gestaltet. Ja. Und ich habe mich da dieses Konzept des The Circle bedient. Das ist ein, aus Amerika kommend, ein Konzept, wo die erforscht haben, was war denn in der Historie in der Mitte immer los? Die Menschen saßen ums Lagerfeuer, um es jetzt mal am ersten Punkt zu machen. Der zweite Punkt ist, und das merkt man auch im Kindergartenkontext oder so, Kinder sitzen gerne im Kreis. Und im Kreis wird ausgetauscht. Und in der Mitte, dort legt man rituell Dinge ab. Es gibt zum Beispiel ja auch so, ich fange jetzt mal bei den Kindern an, Spielzeugtage, wo die ihr Lieblingsspielzeug mitbringen. Und das wird in die Mitte gelegt. Und das hat dann einen heiligen Wert plötzlich. Weil alle es sehen, weil es betrachtet wird und weil es eine Zentrierung dann bedeutet für die Menschen. Und diese Circle-Geschichte ist, dass ich zum Beispiel jahreszeitlich tatsächlich Blumen aus meinem Garten mitbringe, die dazu passen, aber fast auch immer das dann kombiniere mit Gegenständen, die mit dem Thema etwas zu tun haben. Also wenn es um Stille geht, sehr gedeckte Farben oder Dinge, die die Stille oder ausdrücken. Oder ich habe auch schon Leute gebeten, die sollen Symbole mitbringen oder Steine, die was mit dem Thema zu tun haben. Und wir bauen dann diese Mitte zum Beispiel auch gemeinsam auf. Es kann aber auch sein, in einem anderen Kontext, wo ich dann das Circle gelehrt habe für Leute, da habe ich dann zum Beispiel ein sehr schönes Tuch in die Mitte gelegt und Karten im Kreis, die das mit dem Thema zu tun hat, nämlich mit den Bausteinen, was wir in dem Seminar lernen werden, da drum herum gelegt. Aber es geht nie ohne, ich will nicht sagen floral, aber es kann auch ein Zweig sein oder ein Stück Holz. Es geht nie ohne den Naturbezug, weil ich vielleicht auch sehr stark verinnerlicht habe, dass es immer um Körper, Geist und Seele geht. Also der Kopf ist immer in den Seminaren angeklickt. Das weißt du ja selber, wenn du unterrichtest. Der ist auch dabei. Natürlich, klar. Unser Kopf, der will ja ständig gefüttert werden mit irgendwelchem Wissen. Das ist ja schon klar. Aber was ja bei mir im Gegensatz zu dir so anders ist, oder zumindest denke ich das, ich arbeite eben immer mit den Händen. Das, was mein Kopfwissen, das ist ja gering. Also wir wollen ja etwas erschaffen. Ja, wir wollen ein Werkstück erschaffen und es nimmt die Frau, meistens kommen ja Frauen zu mir, es nimmt die mit nach Hause und dann ist sie froh über diesen kreativen Schaffensprozess. Und da finde ich ja, dass das tatsächlich ungeheuer viel psychologische Einfluss hat, weil meine Kunden, die erleben sich als Schöpfer, als Schöpferinnen in dem Moment, in dem sie bei so einem Kurs sind. Ja, du hast recht, es ist die Selbstwirksamkeit, die man dann am Schluss als Geschenk hat quasi, also für den Ausdruck, den man geschaffen hat. Ja, und bei mir ist es aber nicht ornamentig allein. Es soll, das Auge soll ruhen und es soll aber auch ein Anregungspotenzial haben, wo eine emotionale Berührung stattfindet, neben den Inhalten, die auf der Ebene transportiert werden. Genau. Hast du den Anspruch, dass der Mensch, wenn du ein Naturstück da reinlegst, dass der Mensch dann sich auch quasi an seinen Ursprung erinnert, weil wir ja aus der Natur entstammen, also das muss so sein. Und diese gesamten Elemente, die ja die Natur auch hat, die tragen wir als Mensch ja auch in uns als Körperwesen. Ist das schon mal dein Anspruch oder möchtest du einfach nur symbolisch quasi die Natur mit in den Raum holen? Ich denke mal, zuerst war das oft eine visuelle Beruhigung zu schaffen, weil die Räume oft so sinnentleert sind. Also du musst dir ja klassische Hotels vorstellen manchmal, ja. Dann sind, wenn du Glück hast, schöne Stühle und schlichte Tische. Aber ganz oft ist es auch, ich will nicht sagen hässlich, aber es ist steril. Und ich bin ein Augenmensch. Das kommt, glaube ich, auch noch sehr prägend hinzu. Also ich reagiere sehr gut, ohne dass es mich ablenkt auf visuelle Reize. Das macht mir Freude, das macht mir Lebenslust, das gibt mir Kraft und beruhigt mich selber. Also es hat sozusagen auch den Effekt, dass ich mich damit wohlfühle. Und das ist etwas, was mir auch andere Trainerinnen erzählt haben, übrigens eine Freundin, die hat gesagt, am liebsten würde ich sogar den Teppich noch mitbringen und ausrollen und da drauf die Blume stellen. Weil das eine Beheimatung auch für die eigene Kraft ist, wenn du das Beste gibst für die anderen. Das ist der eine Teil. Und der zweite Teil ist, nein, es ist nicht so tiefsinnig, es ist ein Deutungsraum, den ich den Leuten schenke damit. Es kann ja auch sein, dass jemand, also ich verzichte auf ganz stark duftende Sachen natürlich schon. Weil da sind die Geschmäcker ja sehr unterschiedlich. Da ist ja so ein Zweig sehr viel neutraler. Und ich habe auch erlebt, dass die ganzen Yoga-Leute, ich habe auch Menschen in Beratung gehabt, die sich mit Yoga selbstständig gemacht haben, auch immer diese Ornamentik noch nutzen, um den Bezug vom Atem zum Leben, zum Bewusstsein zu haben. Das war nicht in meinem ersten Fokus. Gut, ich meine, das ist ja auch dieses Asiatische. Also das Ikebana stammt aus dem Asiatischen. Und wir haben ja ganz viele, in der europäischen Floristik gibt es ja ganz viele Elemente aus dem japanischen Ikebana. Und dieses, ich schmücke meinen Altar ursprünglich, wenn ich alles richtig verstanden habe, hat das Ikebana dieses Gebet, den Wunsch, ich verinnere mich und schmücke meinen Altar. Ich mache mich bereit für das Gebet. Also ich würde sagen mal, die große Änderung in dieser, dass ich wirklich bewusst da was reingebe, die hat durch die Kräuterausbildung stattgefunden. Weil ich da ja, also Salbei hat ja was ganz Reinigendes. Ja, Salbei ist ja ein Heilkraut. Wenn du das räucherst, kannst du damit schlechte Energie aus dem Raum rausbringen. Jetzt räuchere ich damit nicht, aber ich mache zum Beispiel Rosensträuße, wo ganz viel Salbei drin ist. Und dann weiß ich, dass das eine sehr klärende Wirkung hat. Das erzähle ich dann natürlich nicht den ganzen Teilnehmern, aber das mache ich vom Thema abhängig dann. Oder das Zweite ist, Rosmarin ist ja auch eins meiner Lieblingsdüfte, weil es den Kopf klar macht. Das ist dann, wenn man was aufnehmen muss, verlängert man die Konzentration. Und das ist jetzt mehr geworden, je mehr ich da jetzt weiß, dass ich das auch manchmal nebenbei einflechte und erzähle. Ja, du hattest mir ja auch schon mal gesagt, dass du Kopfgrenze in deinen Seminaren bindest. Weil ich meine, das ist ja auch klar, wenn du sagst, Rosmarin, der reinigt, der macht die Gedanken klar, dann wäre es ja erst recht sinnvoll. Man hat so einen Kopf ganz auf dem Kopf, weil dann hast du ja ganz, ganz nah diese frische Wirkung, die wachmachende Wirkung, die anregende Wirkung vom Rosmarin. Genau. Und da würde ich sagen, das traue ich mich dann mehr in den Seminaren mit Frauen, weil im Manager-Seminar kommt das anders daher, wie du dir vorstellen kannst. Ja, aber das ist schon interessant, weil so ich habe ja dann auch immer so einen Schiss, wenn dann da ein Mann in meinem Seminar kommt. Also ich weiß, ich bin das Gebot, ich habe 99,8 Prozent Frauen und ein Mann kommt höchstens mal zum Adventkranzbinden, zum Streuzebinden oder zum Weidenflechten, weil das immer noch irgendwie so was Systemisches hat. Also so was, wo die noch mit ihrem Kopf irgendwie lag. Aber genau, das ist schon, das ist interessant. Da erschrecke ich dann auch, wenn jemand da ist. Ja, das Grenzebinden hatte was mit dem Mittsommerritual zu tun, weil ich auch zunehmend merke, Rituale werden wichtiger, weil die Menschen den Bezug verloren haben dazu. Das ist so ein Teil, wo ich merke, das ist so verrückt. Ich bin auch ein sehr starker Kopfmensch, muss ich dazu sagen, weil ich sehr faktenorientiert gepolt bin durch meine Ausbildung und auch es wichtig finde, dass Leute neben Intuition als Werkzeug auch wirkliche Inhalte als Werkzeug haben. Also weil es geht ja nicht ohne eine Technik manchmal. Es geht weder beim Weben noch beim Nähen noch beim, wenn ich mit Menschen umgehe, ohne Gesprächstechnik. Aber dieser andere Teil, der fehlt so oft und da ist so eine Bedürftigkeit oder so ein Angeknackstsein da und das ist wieder die zweite Seite, wenn man als Psychologin arbeitet, dass man das einfach wahrnimmt und auch denkt, da kann man so ein bisschen abrunden und ausgleichen und damit die Lernbereitschaft erhöhen, wenn man das schon berücksichtigt mit. Ja, das klingt mir total spannend. Du hattest mir auch gesagt, du machst Zukunftsforschung. Was forschst du denn da genau? Das sind Szenarien. Also ich bin ein Totaler, manchmal finde ich das ja schon kritisch. Es gibt Menschen, die sind sehr rückwärts gerichtet. Das heißt, die sammeln dann alte Dinge und denken immer an die gute alte Zeit. Dann gibt es die Leute, die versuchen, im Hier und Jetzt zu bleiben und ich bin eigentlich immer einer, der den Fuß so ein bisschen in den Sprint nach vorne in die Zukunft hat. Und Zukunftsforschung heißt einfach auszuloten, den Möglichkeitsraum, wie sich etwas entwickeln kann. Das ist für Organisationen überlebensnotwendig, weil ganz oft versucht man ja stehen zu bleiben. Und zum Beispiel bei dir erlebe ich, dass das ja immer nach vorne geht. Du bist ja mit sehr viel Erfahrung beseelt und könntest ja auch sagen, ich verlasse mich auf die manuellen Techniken, aber du gehst in die Zukunft und machst es mit den digitalen Techniken noch dazu. Ja, gut. Also das ist schon, es ist ein kreativer Akt, aber es ist auch wichtig, Zukunftsszenarien. Was ist der Möglichkeitsraum, der sich aufbietet und wie will ich da aber auch ganz gezielt etwas tun und den nächsten Schritt dahin, dieses Wunder möglich zu machen, sich da weiter zu entwickeln? Da habe ich nur leider immer die Sorge, dass die Natur der absolute Verlierer der Zukunft ist, weil wir so viele Dinge brauchen, die eben weg von der Natur sich entwickeln. Ja, das gefällt mir dann nicht und da weiß ich nicht, wie ich als Kleiderflorist dann überhaupt irgendwie etwas ausrichten kann. Also ich meine, das Einzige, was mir möglich ist, ist ein Bewusstsein zu schaffen für das kleine Blümchen, für den Stein, für das Moos, für den Zweig und das widerspiegeln mir ja meine Kunden schon, dass sie sagen, sie werden achtsamer mit der Natur. Aber das ist ja auch eine zukünftige Aufgabe, da verändern sich die Berufe ja auch. Ich möchte mal ein Beispiel machen, was ich gestern im Fernsehen gesehen habe. Die Friseure haben ja auch ein schmückendes Werk und jetzt hat aber eine Friseurin sich ja Initiative angeschlossen, dass sie die Haare sammelt, weil die Haare, was ich auch nicht wusste, geballt in einem Nylon-Netz Erdöl aufnehmen können in den Gewässern und Schadstoffe aufnehmen. Das heißt, man kann die nutzen, um ein Kamm zu bauen, um über das Wasser drüber zu scheren und das sind ja, Abfallprodukte klingt jetzt ja, aber es sind Dinge, die anfallen bei diesem Gewerk. Und das sind diese kleinen Stellschrauben. Zukunftsfähig werden heißt ja nicht, es ganz sein zu lassen. Und das, was du mit den Moosen erzählst. Ich habe gerade einen Bericht gesehen im Fernsehen, wo eine Frau, eine Biologin allerdings, schon vor zehn Jahren angefangen hat, einen Moosgarten anzulegen. Ganz bewusst als Filterfunktion und das ist ein traumhaft schöner Garten und alle Leute, die da vorbeigehen, sind völlig irritiert, weil das ja keiner legt einen Moosgarten an, aber sie macht damit ein biologisches Prinzip erfahrbar und in der Schönheit, sodass Leute jetzt inspiriert sind, das auch zu machen. Also mit dieser Frau muss ich absolut auch ein Interview machen. Ja, und die hat auch einen Schmetterlingsgarten, also die hat tatsächlich ihre Zonen in ihrem Gebiet so aufgeteilt, dass die diesen biologischen Prinzipien aus ihrem Interesse heraus gerecht wird und der Natur was zurückschenkt. Sehr schön. Anstatt Schottergarten einen Moos- oder Schmetterlingsgarten, das entspricht mir doch. Genau, deshalb erzähle ich es hier gerade, genau. Sehr schön. Aber du hattest ja eben gesagt, dass du sehr viel Wissen auch darüber hast, was die Blume denn mit den Menschen macht. Ja, genau. Da möchte ich dir ein paar Forschungsergebnisse mal so illustrieren oder andeuten. Also es gibt ein Forschungsergebnis, dass tatsächlich der Blick auf Bäume im Krankenhaus die Schmerzdosis halbieren kann, egal bei welcher Operation. Das ist ja mal ein Clou, oder? Das habe ich schon vor vielen Jahren gelesen. Also da, meine Tochter geht ja auch in die Richtung, die studiert ja gerade Psychologie und hat natürlich genau diese ganzen Dinge, was macht denn die Natur mit den Menschen. Also insofern weiß ich ein bisschen, aber vielleicht unsere ZuhörerInnen nicht. Und insofern ist es schon sehr schön, wenn du uns ein bisschen was mitteilst. Genau, vielleicht ein neueres Forschungsergebnis, weil das ist aus den letzten kurzen Jahren. Also es gibt eine Frau, die hat die psychische Auswirkung von Stadtgrün untersucht, weil wir ja immer so tun, als müssen wir teuer große Parks anlegen, die dann viel Rabatten haben, aber gar nicht so viele Bäume. Und sie hat festgestellt in dieser Studie, dass die Straßenbäume, die ja, wenn man Glück hat, weil es alt ist, die ja schon da sind in bestimmten Ecken, sehr zur gesundheitlichen Stabilität in Bezug auf Depressionen, weil Menschen beitragen. Also Leute entwickeln eine Bindung zu dem Baum, der um die Ecke bei ihnen in der Straße ist. Nicht, weil sie ihn umarmen, sondern weil sie vorbeigehen und eine Beziehung spüren. Und also nicht dieser Sauerstofftransport, sondern dieses, da ist etwas, was alt ist, da ist etwas, was Stabilität scheinbar abbildet für die Menschen und was einen Ruhepunkt darstellt in dieser hektischen Umgebung oder in dem Alpdruck, den Leute haben, weil sie zu wenig Geld haben, weil sie quasi in der Not sind. Gerade in Stadtvierteln, wo Leute weniger Geld haben, wo eigentlich die Bebauung schlechter oder enger ist, sagt sie, ohne viel Aufwand könnte man dort Bäume pflanzen. In Relation reden wir doch von 40 oder 50 Euro, da kennst du die Preise, ja, von so einem kleinen Baum. Ja, das ist leider in den Städten mittlerweile hochkompliziert geworden, weil, ja, es ist leider sehr kompliziert geworden, auch was die Pflegemaßnahmen, die Folgemaßnahmen betrifft. Ich will es mal abkürzen, aber wenn man sich vorstellt, man baut einen Straßenbelag, die Weg, dann ist da nachher ausgeschachtet ein kleiner Raum für die Wurzelmasse des Baumes, also vielleicht ein Meter, ein Quadratmeter und wenn man sich vorstellt, dass ein Baum eine so große Wurzel hat wie die Krone oben, dann ist es schon, wo soll das hin mit dem Meter, was soll der Baum machen? Also er findet kein natürliches Erdreich, er kann sich nicht mehr einwurzeln, er wird dann auch nicht mehr von oben durch Regen begossen, gewässert, sondern da geht ja nichts rein. Also in den Quadratmeter, der oben über die Blätterkrone abgedeckt ist, da muss man ja dann mit Schlauchwasser, mit Trinkwasser wässern und dann wird das ganze Ding schon grenzwertig. Du siehst das Kritische, aber ich wollte nur sagen, wenn man das denn weiß, muss man ja vielleicht sich auch einsetzen dafür, auch Bürgerinitiativ. Ja, Ute, und da bin ich total auf deiner Spur, weil ich finde, wir könnten so viele Dinge machen. Also jetzt wird mit so viel Aufwand, mit so viel Geld, mit öffentlichem Geld, die Stadtkerne und die Innen, die alten, also weißt du, wenn du so eine Ortskernsanierung, jetzt habe ich das Wort, dann wird ja jedes kleine Grün, jedes Fugengrün wird bereinigt und es wird eng auf eng mit Beton oder sonst wie dichtem Schotter sauber, also Besen rein, sodass wir alles klinisch haben. Ja, aber dadurch kriegen wir Erwärmung in die Städte, das ist ja der andere Punkt, das ist der ökologische Punkt. Ja, dieses kleine Grün, dieses sogenannte Unkraut, was früher überall an jedem Haus, aus jedem Asphalt, aus jeder Fuge, das machen wir ja kompliziert weg. Wir verkaufen Fugenkratzer und noch schlimmere Dinge, damit genau das Leben überall aus der Stadt verbannt wird. Und dann pflanzen wir einen Baum, der total kompliziert gemacht werden muss. Und ich finde, da müssen wir auch wieder merken, Mensch, ein bisschen Unkraut in den Gärten oder tatsächlich Fassadenbegrünung. Wir könnten so viel machen, Ute. Bin total bei dir. Naja gut, es geht darum, also das Forschungsergebnis sagt einfach, im Umkreis von einem Baum 100 Meter werden die Leute definitiv weniger depressiv. Und jetzt überleg dir doch mal die Folgekosten, ein Depressiver, der keine Behandlung kriegt oder Behandlung kriegt oder am Schluss seine Familie beschädigt oder nicht mehr arbeitsfähig ist. Überleg dir die Investitionen zu den Kosten. Das wäre so ein kleiner, also wir brauchen uns nicht, also wir sind beide einig, aber das fand ich ein sehr, sehr spannendes Ergebnis, was auch mal kommuniziert werden müsste in Richtung Politik, bin ich bei dir. Absolut. Ja, das könntest du übernehmen als Psychologin. Ja, ich habe hier schon einiges angezettelt, weil es gibt einen zweiten Punkt, der mich sehr aufregt, das sind Zigarettenstummel in der Stadt, die ins Abwasser geraten und hier sozusagen auch Kinder beschädigen und so weiter. Und ich habe, wir haben hier tatsächlich eine Stadtsanierung im Gebiet und ich habe dort vorgeschlagen, dass wir Sammelaktionen machen für diese Dinge. Und es gibt, ich habe gefunden, dass es auch in Amerika eine Firma gibt, denen man diese Abfälle, das sind ja Abfälle, die nicht verrotten, wir reden ja von was endlich Schlimmen. Ja, Giftstuppen. Genau, aber die zergliedern diese Fasern von den Zigarettenstummeln, von diesen Filtern und wandeln die um in Parkbänke. Das heißt, die machen daraus eine Konstruktionsfaser und Gießkannen übrigens. Und dann habe ich gedacht, dieser Tausch, wenn den Bürgern bewusst wäre, diese Säcke gesammelt, da wäre die Stadt sauber und stattdessen käme was Konstruktives dabei raus. Aber ich hatte die Kraft, nicht das Projekt noch nebenbei durchzuziehen. Aber der Vorschlag ist dort protokolliert worden und die Sensibilität ist hier da. Also das sind immer diese kleinen Kraftaufwendungen, die man hat. Aber kommen wir nochmal zu was anderem bei Blumen, was auch sicherlich diesen Mann erklärt, der zu dir ins Seminar kommt. Ein Blumenstrauß hat die Wirkung im Vorstellungsgespräch oder in einer räumlichen Situation, dass man als attraktiver wahrgenommen wird als Mensch. Also das heißt, wenn ich einen Blumenstrauß überreiche, dann... Neben dir stehen hast, allein. Neben dir stehen habe. Okay. In der Situation, du willst einen Bewerber. Aha. Das ist zum Beispiel sehr spannend. Das muss man alle Floristen an alle Blumengeschäfte weitergeben. Das müssen wir unbedingt in die Welt bringen, weil das ist doch nützlich. Und der Mann hat das eben verstanden, wenn er den Blumenstrauß noch überreicht mit den netten Worten und nicht das Gefühl entsteht, er hat was gut zu machen. Ganz wichtig. Dann funktioniert das auch. Aber sozusagen die Wirkung des Blumenstraußes, weil der so schön ist, da streit diese Schönheit auf dich über quasi. Und das kann man ja auch gezielt in Situationen, wo man Reklamationen entgegen nimmt. Ja, deshalb ist in den Hotellobbys vermutlich, ist mir dann klar geworden, immer dieser große Blumenstrauß und in guten Bars auch. Und es ist ja keine Frage des Geldes, dass der irgendwie 200, 300 Euro kosten muss. Ja? Nein, natürlich nicht. Das kann was ganz Kleines sein. Wobei da ist es ja auch schon wieder, da kommt da schon wieder mein Punkt, wo ich aufmüpfig werde, weil ich denke, wir geben so wenig Geld aus für diese essentiellen Dinge im Leben. Also für die Natur, ja, das muss ja nicht ein Blumenstrauß sein. Aber dieses, was investieren wir in die Natur? Wir wollen alles immer rausholen, ja. Aber nichts zurück. Und wir sind abhängig. Wir sind abhängig von den Insekten, von der guten Luft, von der stabilisierten Wetterlage. Und jetzt beginnen wir langsam zu merken, oh, es beginnt etwas in die Schieflage zu rutschen. Noch sind wir ein bisschen überheblich. Aber ich glaube auch, wir müssen lernen, es muss ein Miteinander mit der Natur geben. Sonst, die Natur braucht uns nicht, uns Menschen. Also der Baum, dieses Grüngras kann aus jedem Zementfugchen wieder sprießen. Nach 150 Jahren sind unsere gesamten Bauwerke weg und dann ist alles wieder grün. Das wäre doch eine schöne Vorstellung. Eine Erde ohne Mensch, alles grün. Vielleicht dazu eine lustige Geschichte aus meiner Kräuterausbildung. Ich habe über das Mauerzimbelkraut meine Abschlussarbeit gestaltet. Niemand kannte das Mauerzimbelkraut. Ich wohne an einer Stadtmauer und habe es hier blühen sehen. Es ist so ein Lippenblütler, hat so eine kleine Einflugschneise wie so eine Ackelei. Also kann man sich das vorstellen. Und das ist dieses Kraut, wie nennt man das denn noch im Deutschen, dieses Rühr mich nicht an, dieses Mauerblümchen. Das klassische Mauerblümchen ist es. Und die säen sich selber aus und müssen eine Mauerritze finden, brauchen aber wahnsinnig wenig Erde. Das sind Überlebenskünstler. Und die gab es schon ganz, ganz lange. Wir reden von 1200. Die sind vermutlich auch gewandert mit Gesteinsbrocken, habe ich dann recherchiert. Also nach Deutschland gekommen. Und jetzt war ich in Portugal, ich war in Italien. Ich habe das überall wieder gefunden zum Thema Überlebenskünstler. Ja, das sind sie. Das ist absolut wahr. Wenn man das mal sieht, wenn eine Pflanze sich selbst aussamt, wo die sich einsamt, wo die wachsen kann. Und du hast total recht, Simpelkraut wächst zudem noch nach oben. Es gibt überhaupt gar keine Pflanze, so eine Hängepflanze, die dann den Stein nach oben wächst. Also ich nehme sie auch. Und jetzt komme ich aber zu dem Punkt, wo ich glaube, dass man die Menschen nicht für den großen Umweltschutz wieder begeistern kann, aber für die Wirkkraft der Pflanzen. Nämlich dieses Simpelkraut selber kann man als Vitamin-C-Salat essen zu Beginn, wenn es noch nicht blüht. Und hat wahnsinnig viel Vitamin-C. Also wäre jedem zugänglich, weil das auch so weit oben hängt, dass da keine Hunde drankommen. Und bei Quetschung kann man es auf Wunden draufbringen. Es hat eine kühlende Wirkung, wenn man das als quasi Pflanzenverband benutzt. So ist es eben auch mit diesen ganzen anderen Wildpflanzen größtenteils. Und ich habe schon das Gefühl, es entstehen überall Gegenbewegungen psychologisch, weil der Mensch in dieser Ohnmacht keinen großen Protest anzuzetteln, diese kleinen Umwege sucht. Und diese ganzen Menschen, die jetzt durch diese vielen Wildkräuterausbildungen gehen, das ist ja jetzt plötzlich in den letzten zehn Jahren sehr, sehr viel geworden, sehr breit. Es ist ein seelischer Ausgleich. Es ist wieder dieses, ich kriege mein Leben handhabbar. Ich kann auch Dinge selber bewerkstelligen. Und es ist ein sehr achtsamer Umgang damit. Also wir haben ja zum Beispiel dort gelernt, was die Leute hier in der Region ja wissen, dass man beim Bärlauch einzelne Blätter entnimmt, um die Pflanze nicht zu beschädigen. Und jetzt habe ich aber dieser Tage in der Zeitung gelesen, dass es einen Raubbau gab, wo die die ganzen Blätter rausgerissen haben, in ganzen Gebieten, in Stoffsäcken abtransportieren wollten und dann da noch vergessen wurde, die abzuholen. Und da hat mir auch das Herz geblutet. Aber ich will nur sagen, es sind immer diese radikalen Ausnahmen und es gibt so eine kleine, was du auch gesagt hast, mit der Slow Flower Bewegung, dass wir nicht alles entnehmen, was nicht da ist, sondern dass wir uns ein bisschen mehr begnügen mit dem, was da ist und dem auch einen würdigen Rahmen geben. Und wie du sagst, nicht mehr in dieser, ich muss mich vorsichtig ausdrücken, Raubbau-Mentalität unterwegs sind. Ja, das ist möglich. Also das gibt ja Hoffnung. Es gibt ja Hoffnung, dass die Menschen dann einfach aus dem Kleinen diese Graswurzelbewegung, da haben wir das Wort ja auch wieder. Ja, wir müssen ja aus dem Kleinen heraus uns Mut machen oder das, was wir uns zutrauen, dass wir dann sagen, okay, von dort aus, wenn man quasi eine kritische Masse erreicht hat, dann kann man, dann bewirken wir was übers morphogenetische Feld alleine. Ja, und das ist so, kommen wir zum anderen Punkt, der mir so am Herzen liegt. Du siehst, das ist bei mir nicht geordnet, sondern es gibt so ein paar Stränge, die sich verdichten. Das ist nämlich diese Blumensprache. Ich habe so geguckt, meine Lieblingsblume war früher die Gladiolie tatsächlich, weil die in der Zeit geblüht hat, wo ich Geburtstag habe. Dann habe ich überlegt, ist es die wirklich? Und die fand ich oft dann doch zu exzentrisch und bin dann auf die Sonnenblume gekommen. Und die hat eine schöne Bedeutung, die ist nämlich ein Freundschaftssymbol. Also das heißt, ich habe ja dann später jetzt mal angefangen, mich mit der Pflanzensprache auseinanderzusetzen und gedacht, auch das ist etwas so Bezauberndes, was historisch gewachsen ist, was sich den Menschen auch teilweise gar nicht mehr schließt, weil das auch nicht mehr kommuniziert wird so richtig. Und was gibt es darüber? Was weißt du, außer die Freundlichkeit der Sonnenblume? Also ganz früher war das eine Sprache in der Sprache, weil es auch darum ging, Liebesbezeugung ja grundsätzlich Menschen zukommen zu lassen, als kleine geheime Botschaft. So wie man quasi im Rokoko das Tüchlein hat fallen lassen, damit es jemand auffällt, waren ja die sehr, sehr bewusst zusammengestellt, diese kleinen Sträußlein. Also bis hin zu dem Fallchensträußchen, was jemand selber gepflückt hatte. Und jetzt bei Bares für Rares kommt ja auch wieder viel Wissen hoch. Da werden ja Medaillons gezeigt, wo dann die gepressten Pflanzen auch noch in dem Medaillon drin sind, neben der Haarlocke, neben dem persönlichen Bezug und auch eine Aussage in sich bergen. Und das ist ganz toll. Wenn ich diese Deutung höre, denke ich ja manchmal, uns ist da auch einiges verloren gegangen an Raffinesse und an dieser Sprache. Und das hat mich sehr einfach berührt. Aber kannst du uns noch so ein paar... Ein paar zu den Pflanzen, ja. Ich übergucke gerade, also Amaryllis ist ja auch sehr beliebt. Also die hast du ja auch oft in deinen Videoinstallationen, weil die auch wahnsinnig schön ist. Und dieses Ich-bin-stolz-auch-mit-dir-befreundet-zu-sein, das ist eigentlich auch eine verbindende Blume. Die Brennnessel, gut, die verschenkt man jetzt nicht. Ich gucke mal gerade, was ich denn noch mag. Gerbera, durch dich wird alles schöner. Das ist ja auch so eine sehr strukturierte Pflanze, außer dass der Stiel nicht so stabil ist. Aber oben die Pflanze ist ja sehr stabil und sehr harmonisch. Da wäre die Gerbera gut produziert. Ich hatte immer heimische Gerbera, solange es diese Gärtnerei bei mir in der Nachbarschaft, solange ich meinen Blumenladen hatte. Das gab eine Gärtnerei, die hat wunderschöne Gerbera gemacht. Und wenn die genügend Licht hat und genügend Zeit zum Wachsen, hatte die Gerbera sehr stabile Stiele. Wir mussten die niemals stützen. Also das ist schon eine Sache auch der Produktion, sag ich mal. Wobei wir jetzt eben wieder bei den Kosten sind. Ja, dann gucke ich gerade die Gladiole, warum die mir nicht gefällt. Sei nicht so stolz. Ja. Das ist die Botschaft. Und Hibiskus mag ich auch sehr gerne. Ich habe viel Gartenhibiskus. Du bist eine zarte Schönheit. Und das ist auch das, was mich begeistert an diesem Blütenmeer. Also so, was haben wir noch? Die Kornblume war als Kind ja auch, also die gab es ja noch natürlich zu meiner Zeit. War ja meine Lieblings-damals-Sammelblume. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Schön. Genau. Ja. Und die Farbe der Rosen, das ist ja jetzt auch alt hergebracht, hat dann eben auch eine Neutralität bis hin zu einer tiefen Liebe. Und da kann man sich selber das ganz gut den Farben zu sortieren. Und die Farbpsychologie, die ist ja in der Psychologie spielt es schon auch eine große Rolle. Vielleicht dazu ein kleiner Exkurs nochmal für die Zuhörenden, Interessierten, dass dieses Blau eine Seriosität ausstrahlt. Deshalb haben wir dieses Blau sehr stark im Bankenbereich, da wo es um Werte geht und so. Und dieses Zartrosane ist eben nicht eine Mädchenfarbe ja allein früher gewesen, sondern auch eine Jungfarbe, aber hat was mit so zarten Gefühlen, hat was mit einer Vorsichtigkeit zu tun, mit einer Zuwendung, mit einer liebevollen Zuwendung und so. Und was ich noch sehr spannend fand, das Violett, was ja jetzt wieder kommt, was eine Zeitlang in den 70er Jahren ja den Frauen zugeordnet wurde und eigentlich religiös ist, von der Farb Herkunft, bedeutet eigentlich, ich grenze mich ab, um bei mir zu sein. Und das ist das neue Schwarz eigentlich, weil Schwarz ist ja, zack, komm mir nicht zu nah. Und bei den Violetten gehst du in Würde auf jemanden zu. Ich habe gerade gesehen, ich habe gerade da hingeguckt. Ja, und das habe ich dann zum Beispiel auch im Seminar eingesetzt. Wenn ich nicht wollte, dass mir was zu nah kommt und ich die Würde behalten wollte, die es brauchte für das Thema, habe ich tatsächlich Violett angezogen. Schön. So, was habe ich mir denn noch aufgeschrieben? Mensch und Blume steht hier noch. Weil du ja, ich meine, du hast jetzt sehr viel erzählt, die Wirkung der Blume. Genau, die Psychologie. Genau, die Aussage darin und die Psychologie darin. Aber gibt es denn noch was, wo du sagst, ja, die Blume oder die Natur, der Baum ist für den Menschen wichtig? Also du hattest auch angesprochen, dass ein Baum alleine nur, wenn ich ihn ansehe, mich schneller heilt. Ja, dass meine Psyche so darauf reagiert, auf das Grün. Ich würde den Baum gerne noch mal mehr nehmen. Den kann ich zwar nicht ins Seminar nehmen, aber der hat gravierende Auswirkungen. Oft in der Weltkräuterausbildung sind wir durch den Wald gegangen und haben noch mal verstanden, was die Japaner sehr erforscht haben, dass in der mittleren Höhe, gar nicht oben im Baum und auch nicht am Boden, was man oft denkt, man riecht Mose. Man riecht eigentlich die Botenstoffe der Bäume in der Lage, wo unsere Nase ist. Also das heißt, wenn man so 1,60 Meter, 1,70 Meter ist, ganz normal, dann hat man genau in der Höhe, wenn man geht, diese Botenstoffe und die senken den Blutdruck. Also diese Beruhigung hat tatsächlich eine chemische Komponente, die auf dich einwirkt, die aber gefördert wird durch das sanfte Gen auf diesem sanften Waldboden und durch die Bewusstheit, weil ja das Licht auch so diffus ist. Das Licht ist ja nicht grell, das heißt, du kannst auch, bist aus der Alarmbereitschaft zusätzlich raus, physiologisch im Körper und hast oft durch die Vogelstimmen auch noch und durch das Walddach das beschützende Gefühl. Jetzt überleg dir das mal, was das für ein toller Cocktail ist. Das heißt, deshalb kommt dieses Thema Waldbaden so auf, wo die erste Ärztin in Deutschland gesagt hat, sie möchte es eigentlich verschreiben, damit die Leute es auch tun übrigens, nicht, damit es was Geld dafür gibt, weil es eine höhere Wirkung hat als manch eine Pille, als manch eine andere Entspannungstechnik. Das wäre ja großartig. Stell dir vor, wir könnten die Pharmaindustrie ein bisschen mehr in ihre Schranken beißen und würden die Legitimation haben, einen Baum zu pflanzen. Das wäre doch wirklich großartig. Ja, genau. Und deshalb hat mir der eine Junge auch so gut gefallen, der diese ganzen Sauerstoffzufuhr verstärken wollte, indem er überall Bäume pflanzt, was nicht alles gut geklappt hat, ist auch nach hinten losgegangen. Genau, so ein junger 16-Jähriger. Ja, der hat ja sehr jung angefangen. Der war ja irgendwie mit 18, 19 schon unterwegs, wie plant the planet, glaube ich. Genau. Aber was ich halt feststelle ist, dass in der breiten Masse diese Hintergründe und Bezüge nicht wirklich wahrgenommen werden und die werden viel zu wenig publiziert und kommuniziert noch. Das ist mir klar geworden jetzt. Und nochmal im Vordenken oder Nachdenken darüber. Ja, und das ist was, dass ich Leute auch auf Spaziergänge rausschicke zum Reflektieren in die Natur, ganz oft. Und zwar nicht nur, weil wir so viel sitzen, sondern weil ich um diese Wirkung weiß, dass also etwas in die Loslösung gehen darf, wenn die Leute sich festgebissen haben an einem Gedanken, an einem Problem. Und das sind Themen, mit denen ich ja eher zu tun habe, dass ich Konflikte bereinigen müssen und so, dann schicke ich die ganz viel in die Natur und dann spielen Bäume, Sträucher. Und deshalb suche ich bei der Seminarauswahl auch oft solche Orte, die das dann auch bieten, aus. Wo du einfach in der Pause mal sagen kannst. Barrierefrei raus. Es gibt eine Glaswand. Ich mache auch immer die Gardinen weg übrigens. Mit Blick aufs Grün, wenn du kannst. Ja, das gehört zum Raum rein für mich. Und ich sitze auch hier im Büro und habe hier einen alten Apfelbaum, also einen Holzapfel. Also das ist gar kein echter. Das sind Wildäpfel, die ganz wenig ja auch nur noch gepflanzt werden. Ja, ja, weil sie sind ja nicht so richtig effektiv. Du kannst damit zwar Schnaps machen, da sind sie toll. Nee, aber Vögel lieben es auch. Also das ist ja, aber und sie sind ja Pektin. Also damit kannst du ja Marmeladen. Genau. Und den habe ich auch lieben gelernt jetzt. Ich kannte ihn schon die zehn Jahre oder 15, die ich hier wohne. Aber in der Wildkräuterausbildung ist es mir ein neuer Freund geworden. Also du würdest sagen, eine Wildkräuterausbildung lohnt sich und sollte man machen, auch wenn man nicht jetzt vorhat, dass man damit beruflich was anfängt. Ja, unbedingt. Unbedingt, weil du einfach draußen bist in der Natur und genau diese Geheimnisse wieder lernst, die eigentlich tradiert sind. Aber wenn du keine Großmutter mehr hattest, die Bäuerin war oder wie du aus einer Familie kommst, die diesen landwirtschaftlichen Bezug hatte. Ich hatte nachher die Inspiration, dass ich gedacht habe, man müsste solche Zirkel ins Leben rufen, tatsächlich, wo Menschen ihre Anarbeitung, Verarbeitungstechniken erzählen. Ich habe da zum Beispiel auch so Sachen gelernt, warum diese Kopfkissen, die waren ja früher nicht aus Daunen, die waren aus Lindenblüten. Nein, immer nur aus Lindenblüten, weil, also ich meine, die hatten, das wusste ich nicht, dass die aus Lindenblüten sind. Und, nein, manchmal noch zwei, drei andere Blätter dabei. Aber es war ein Meer, was psychologisch auch wieder die Beruhigung erzeugt hat durch das Atmen. Und das war der Stoff, der günstig zur Verfügung stand. Ich rede jetzt hier vom badischen Raum, also von dem ländlichen Raum. Ja, natürlich. Ich meine, das war ja früher klar. Du hast auch Heu. Also das weiß ich. Die haben viel Heu eingefüllt. Und diese ganzen Düfte, ich meine, da hat man sich ja ständig damit umgeben. Man war ja der Natur viel näher, wie jetzt in unseren hermetisch dreifach abgeriegelten Fenstern, wo nichts mehr durchkommt von außen. Genau so. Und deshalb, es hängt sehr stark alles zusammen, finde ich, weil diese Pflanzen ja Duft geben. Die geben Farbe, die geben Wertstoffe, die geben auch viele Inspirationen im Design. Nein, ich hatte zum Glück eine ganz tolle Zeichenlehrerin in meinem Abitur, die mit uns immer mit pflanzlichen Dingen, von denen haben wir Ornamentiken abgeleitet. Also wir haben immer den Umriss gezeichnet und dann hat sie gesagt, jetzt guckt, was ihr eigentlich damit machen könnt. Und dann habe ich auch verstanden, dass alle Künstler dieser Welt so begonnen haben, dass die ganzen wertvollen Ornamentiken so entstanden sind im Jugendstil davor. Ja, jetzt fällt es mir nicht ein, Acanthusblatt. Das Laub vom Acanthus, das ist ja in allen römischen Kapitellen, in jeder Kirche, in jeder Säule, siehst du immer die Natur. Da hat es noch viel mehr Bezug gegeben zu Naturformen, wie man es heute macht. Ja, und auch das Olivenblatt, das war auch etwas, was ich dort in dem Seminar noch mal eingestreut habe. Ich habe Olivenblätter geschenkt bekommen aus Sizilien von einem Freund, der gesagt hat, ich zerdrücke die und trinke die als Tee. Und ich, so habe ich ja noch nie irgendwo gesehen oder gekriegt. Sagt er, ja, er hat Herzprobleme, also er hat zu hohen Blutdruck. Und jetzt habe ich dann nachgeforscht, dass der Gehalt in den Olivenblättern höher ist als im Olivenöl von den Pflanzenwirkstoffen, die du dir zuführen kannst. Und deshalb ist dieser Tee kostbar, der muss natürlich unbehandelt sein, also die Blätter und so. Und so zeigt uns die Pflanze, die schenkt uns ja so viel. Und gibt dir aber so viel Kraft zurück, wenn du das Klavier wieder stimmen kannst. Und auch das Thema Würzen zum Beispiel. Wir kaufen diese vertrockneten Dinger, ja, wie du sagst, aus dem Supermarkt und so. Und wenn du die Wildkräuter trocknest, hast du die Wirkstoffe ganz anders und viel stärker. Und du hast vor allen Dingen mehr Bitterstoff und hast eine viel höhere Abwehrkraft insgesamt, die wir uns wirklich wieder neu erarbeiten müssen, weil die in den gezogenen Salaten und so nicht mehr drin ist. Und deshalb, ich habe mein ganzes Kräutersortiment umgeändert und habe dort immer jedes Jahr frisch gesammelt, die neuen Sachen drin, die kann ich ins Spiegelei reinmachen. Wir reden hier von dieser Augenbraue der Venus. Ja, Schafgarbe. Schafgarbe und, und, und. Das sind so simple Dinge, aber wo du am Schluss wieder merkst, du kannst allem ein Schnippchen schlagen. Der Pharma deiner Gesundheit ein positives, ein Booster geben und so. Und das macht glücklich, es macht freudig. Also eine Schafgarbe in mein Spiegelei, das hatte ich ja noch nie. Getrocknet das Blatt. Ja. Also getrocknet das Blatt. Darfst aber auch die Blüte nehmen. Ich kenne Schafgarbe durchaus als Wundheilung. Und als Tee. Die ganzen Frauengeschichten kann man viel mit Schafgarbe regeln. Aber, ähm, genau. Also, dass man die ins Spiegelei reinmacht. So weit war ich noch nicht. Weiter. Genau. Genau. So. Und, ähm, ja, mit den Grenzebinden und so. Ich muss gucken. Also ich glaube schon, dass, ähm, ja, das ist vielleicht die Botschaft, den Menschen wieder die, ähm, die, die Power zurückzugeben, dass sie selber was gestalten können. Und dass man da immer wieder was einflechtet an den Stellen, wo das passt. Du hattest ja vorher mal kurz mein Interesse an der Slowflower-Bewegung angesprochen. Und das weiß ich ja gar nicht. Ich hatte jetzt eben ein tolles Interview mit einer Dame aus der Slowflower-Bewegung mit der Caro Wolf. Das führt jetzt alles hier zu weit, weil das kann man sich ja selbst mal anhören, dieses Interview. Aber was mich da eben fasziniert an den Slowflowers ist eben auch, dass das regional, saisonal und dann eben ohne Spritzmittel auskommt. Und da denke ich, das ist ja schon mein Ansinnen, ja, dass ich das mal schaffe. Und da muss ich mich einfach ein bisschen hindehnen, weil dann natürlich meine Seminare teurer werden müssen, weil es logischerweise ein bisschen eine kompliziertere Aufzucht der Blume ist, wie eine gespritzte aus Kenia, die einen eigenen Flughafen hat. Ja, oder man wird saisonaler halt, weil man guckt, was kann man sammeln, was kann man aus dem Garten mitbringen, wie kann man auch tauschen. Also diese Endlichkeit der Ressourcen, die kann man ja nicht ignorieren, auch, klar. Und dieses Unbehandelte wird wichtiger, weil man sich selber so viel vergiftet und dafür ist das Leben ja auch zu kurz und zu kostbar, als dass man sich das antut. Aber was ich auch beobachte zum Thema Zukunftsforschung, dass die jungen Leute ja auch alle jetzt wieder mit Ablegern, die aus den 70er Jahren arbeiten und mit schönen Formen, die auch nicht nur exotisch sein müssen, die sie aber schön inszenieren und die auch zu verschiedenen Stilen passen. Also sehr minimalistisch oder sehr Ikebana, also noch minimalistischer oder aber auch klassisch, skandinavisch, freundlich und so. Und da ist eine riesen Bandbreite und eine riesen Experimentierlust auch gewachsen. Ja, durchaus. Also wirklich durchaus auch wirklich jetzt nochmal einen Sprung ins Gemüse, Samen vorziehen, Ableger machen. Auf jeden Fall, ja, viel mehr, wie ich glaube, dass unsere Generation das gemacht hat. Ja, also das war sehr klassisch, ne, früher. Auch die Nelken pur. Das ist auch nicht so meine Pflanze, aber jetzt im Beet anders, aber als Strauß. Ja, die Nelke, die hat totale Renaissance. Und ich meine, die Sorten sind anders. Die Nelke hat ungeheuer viele Pluspunkte. Und ich musste mich auch erst wieder gewöhnen, weil jeder Kunde sagte ja, ih, Nelke, heute erkennt er sie nicht mehr. Also es gibt so viele Sorten, wo man die Nelke nicht mehr erkennt. Und es ist eine tolle Blume, ja, in allen Farben, in allen Größen. Toll für Streuse und andere Dinge. Ja, du siehst, ich stehe schon auch noch ein bisschen am Anfang, aber mit dem Thema Arbeit. Genau, deine Profession ist ja psychologisch ausgerichtet. Und da ist es ja enorm, dass du dir die Blume als Hilfsmittel, ich sage es mal, für dich ist es ja ein Hilfsmittel, den Menschen aufzuschließen, den Raum schöner zu machen, die Symbolik zu verstehen hinter den Blumen. Ich meine, das gehört ja gar nicht in dein Berufsfeld. Nee, es ist sozusagen die Beimischung, die den Leuten auch ein Wohlbefinden eröffnet und hoffentlich mein Thema mit unterstützt. Ja, es ist ein Beiboot. Absolut, sehr schön. Du wolltest uns noch ein Pflanzenzitat vorlesen. Oh ja, aber ich muss mal gerade gucken. Ich habe das natürlich jetzt, es war zu Beginn. Aha. Gucken wir mal gerade. Nein, das finde ich jetzt nicht mehr. Findest du keins? Nein, das finde ich jetzt nicht mehr. Aber ich muss mir mal eins raussuchen und dann, vielleicht hast du noch eins. Ich konnte mal von Eugen Roth ein Gedicht, aber jetzt hier würde ich wahrscheinlich straucheln. Der Start war immer so, ein Mensch pflegt mit Begierde sein Pflänzchen seines Zimmers zierte. Also das stimmt alles jetzt nicht, aber so ein wunderschönes. Nee, das Zitat, bei mir ging es in die Richtung, Blumen eröffnen tausend Möglichkeiten. Und die Psychologie ist nur eine und die Optik ist nur eine andere und beides greift zu kurz. Ja, schade. Du könntest uns das aussuchen. Ja, ich suche nochmal. Und dann könnte ich das doch unter das Interview packen. Das wäre doch auch ein schönes. Und dann kann man das einfach nochmal lesen. Weil da hast du mich jetzt schon neugierig gemacht. Vielleicht fällt dir ja dann das eine oder andere Zitat noch ein. Ich werde dir welche nachreichen. Genau. So, gibt es denn noch was Wichtiges, was wir noch hier besprechen sollten? Oder sind wir jetzt einfach am Ende unseres Gesprächs angelangt? Ich würde sagen, für den ersten Punkt, ja. Wenn wir das alles so, was nicht heißt, dass wir nicht irgendwann mal unser Gesprächsfaden wieder aufgreifen. Genau, es wird sich sicherlich einiges tun. Ja, erst recht, wenn du mit den Blumen beginnst zu arbeiten. Genau, das ist ja immer noch der feste Plan. Ja, würde ich mich freuen. Würde ich mich freuen. Ja, natürlich. Ja, das ist schon klar. Wir haben natürlich Techniken. Wir sind ja ein Handwerk letztendlich. Also du musst ja ein bisschen wissen, wie mache ich was? Wie fasse ich die Blumen an, dass ich einen Strauß machen kann? Klar. Oder ich habe ja auch noch die zwei Ikebana-Igel, die ich geschenkt bekommen habe. Tatsächlich. Die müssen wir natürlich dann unbedingt machen. Weil auch die Freundin aus der Wildkräuterausbildung postet immer im WhatsApp-Status und ich gucke immer und denke, ja, das in den Raum gestellt ist gut zu transportieren und das sagt alles, was sie da immer abbildet. Ja, ein Steckigel habe ich jetzt auch wieder so ein bisschen für mich erkannt, weil wir ja versuchen, von der Steckmasse wegzugehen. Also das ist ja auch ein Punkt der Slowflower-Bewegung. Dann nochmal zurück. Die sagen ja, diese chemische Steckmasse, die kann man nicht verwenden, die wollen wir nicht produzieren und die wollen wir auch nicht in unserem Abfall haben. Wir wollen sie schlichtweg nicht verwenden. Und dann bin ich jetzt wieder gefragt, die ja jetzt hier 40 Jahre mit der Steckmasse gearbeitet hat. Wie kann ich denn etwas machen, etwas, was auch funktioniert, was ich alternativ, also mit alternativer Basis, ja, etwas, was ich dann direkt auf den Kompost kippen kann oder möglicherweise ein Draht wieder abschneiden und die Blumen rausziehen. Aber da ist eben der Steckigel, der Kennzahn, ein kommodes Mittel. Ja, der hält ewig. Hält ewig, kann ich in die Spülmaschine reinstellen. Also das Ding mit der Beweglichkeit oder mit dem Transport finde ich noch ein bisschen kritisch. Nee, das muss neu gesteckt werden, dann ist es klar, vor Ort immer. Aber dann kann man ja auch Variationen erzeugen, also wenn man mehrtägig unterwegs ist. Es geht nur darum, ich muss immer kleines Gepäck haben, es darf nicht alles so. Ja, du kaufst so einen bunten Blumen und schneidest noch irgendwo einen Zweig ab und dann machst du dir ein schönes Gesteck in deinen Kennzahn rein. Na, ich meine, das ist doch großartig. Ja, ja, eben, das ist so. Aber ich finde übrigens deine Techniken schon auch sehr nachhaltig, die du oft hast, weil du ja so Gitter machst aus Zweigen und dazwischen zu stecken. Dadurch hast du auch schon sehr viele Möglichkeiten, die dann... Ja, das stimmt. Aber jetzt, da experimentiere ich ja viel und das seit vielen Jahren. Und ich habe ja jetzt auch, mache ich ein bisschen Werbung, ein Abo, ein monatliches Blumen-Abo. Und da gibt es ja immer eine hochwertige Floristik, also einen Beitrag mit hochwertiger Floristik, wo man sich sicherlich was einkaufen und besorgen muss. Aber es gibt auch immer ein Teil, was ich aus dem eigenen Garten, aus der Natur entnehmen kann. Ja, wir haben Handstrauß-Gesetz in Deutschland, nicht zu viel. Aber aus dem versuche ich eben mit normalen, haushaltsüblichen Dingen, mit einem Gummi, mit einem Tesa, mit Bindfaden was zu machen, was du dekorativ aufhängen, aufstellen, als Deko nutzen kannst oder verschenken kannst. Mit deinen Enkeln, mit deinen Kindern basteln, als kleine Freude, als schöner Nachmittag mit den Freundinnen. Genug, genug des Werkeblocks an dieser Stelle. Ich kann ja vielleicht dann auch noch mal kurz hier, das sieht man nicht so, bei den Blümchen reinhalten, weil wir den Rasen gemäht haben und die Gänseblümchen noch gerettet haben. Und das Wiesenschaumkraut, was sehr gut zusammen funktioniert. Ja, schön. Genau, und meine Tochter durfte, Mama, warum machen wir das? Ich wollte daraus Tee machen, aber sie hat noch ein Gesteck gemacht. Ja, schön. Ich sehe, du bist auf dem richtigen Blumenweg. Wunderbar. Dann bedanke ich mich bei dir, Ute. Ja, ich danke für dein Interesse und auch, ja, man muss deinen Podcast lesen und deine tollen Anleitungen, weil die sind so inspirierend und so verständlich und machen einfach nur Freude. Also, Daumen hoch. Vielen Dank. Dann mach's gut. Bis bald. Tschau, Ute. Tschüss. Tschüss.